Ich habe mich verliebt. Ich finde, dass Pierre Casiraghi mein Träumann ist. Es ist ein bisschen ähnlich an meinem Ex-Boyfriend, aber es ist perfekter. Pierre Casiraghi also. Ein echter Prinz. Es handelt sich bei Pierre nämlich um keinen Geringeren als den jüngsten Sohn von Monacos Prinzessin Caroline. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Meine Freundin kennt ihn und habe ein Foto gemacht. Verliebt hat sich Xenia also in ein Foto. Immerhin ein Anfang. Nur das reicht er frisch für Liebten natürlich noch nicht. Ich habe gesehen, ich kenne ihn schon von Medien und so. Ja, ich wollte ihn einmal treffen, weil ich jung bin und ein Mist hat immer einen Mann zu Hause. Und eine Miss wäre schließlich auch Xenia fast geworden. Ob Miss oder Vizemiss, die schöne Xenia weiß, auf die Ausstrahlung kommt es an. Und dass sie bei Bedarf wie eine Prinzessin auftreten kann, sieht man auch. Xenia jedenfalls hat schon ganz konkrete Vorstellungen, wie und wo das erste Treffen mit ihrem Prinzen stattfinden soll. Es muss am Abend sein. Sicher vielleicht ein Ball, wie eine Prinzessin. Und wer weiß, vielleicht führt sie ihr Weg tatsächlich schon bald nach Monaco. So be so be so be so. So be so.